Das ist unser Berufsrisiko, um das zu zeigen, was passiert. Ich will die Dinge mit meinen eigenen Augen sehen. Das ist mein Anspruch an meine Arbeit. Ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Ab August kriegt ihr regelmäßig Einblicke in mein Reporter-Lib. In meinem neuen Podcast Ronsheimer. Ich bin Paul Ronsheimer.